flugzeug jetzt kam der rote baron geflogen der rote baron von funki 2,5 kilo nem 30 millimeter 100 schuss 63 sekunden ihr seht schon fünf verschiedene rot effekte ist wahrscheinlich einfach normale gold blinker mit dazu funken palmen noch mal weiße blinker wahrscheinlich funken beiden crackling alles mögliche mit dabei schneiden wir den auf weil ich weiß nicht ob man den noch mal verbinden muss mal schauen ob es eine überraschung wird das standard papier dann verbinden wir den einmal kurz und wir sehen uns gleich wieder verbindet wunderschön hier ich werde besser von batterie zu batterie ja auf jeden fall geiles teil was soll man dazu noch sagen viel spaß bei dem video jetzt eine entzündung die retten darauf haben wir gerade ha 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 ich habe und ordentlich mit dem video jetzt dann das 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 Alter, holy shit. Alter Schwede. Das hat keiner gesagt. Das hört mich auf. Alter, holy shit. Wow. Dicke, fette Empfehlung. Sehr teuer, aber es lohnt sich. Alter, holy shit. Da kommen sogar die Leute schon an. Das hat man versucht zu nehmen. Das hat man versucht. Das war die Leute. Das hat das Gerät. Das hat er wirklich so. Ja. Das hat der Gerät war. Auf die Bandschiff. Der Gerät steht.